Hallöchen, euer ElektroJunk immer wieder am Start. Heute bin ich dabei mit meinem Gesellen mal so eine STR-Videosprechanlage zu reparieren. Ja und warum machen wir das? Genau, die Anlage ist kaputt. Nein, sie funktioniert nicht mehr, weil hier durch einen Rohrbruch Wasser eingetreten ist in die Verteilung und hier alle Komponenten einfach getauscht werden müssen, denn alle Komponenten sind betroffen. Von hier oben kam das Wasser aus dem Schacht, aus dem Kabelschacht und ist hier über diesen Antennenverteiler von Vodafone und über diese Verteilung der Sprechern da geflossen und diese Teile müssen wir halt nun alle tauschen. Wie machen wir das ganze nun? Ganz einfach, wir tauschen hier einfach Teil für Teil, also Schritt um Schritt, um ja nicht irgendwelche Leitungen zu vertauschen, weil in dem Fall die Anlage, die mich dann nicht mehr funktionieren würde. Das Netzteil, was der Kollege hier gerade eingesetzt hat, ist das Nachfolgemodell, das ursprüngliche Modell, was hier ursprünglich mal eingebaut war. Ja und nun entwirrt der Kollege hier die ganzen Zuleitungen für die Geräte, also die Spannungsversorgung. Das werden wir hier nachher auch noch so ein bisschen aufräumen. Man sollte auch nicht vergessen, vorher die Spannung hier auszuschalten, über den dementsprechend Leitungsschutzschalter, der hier vorgeschaltet ist. Nun demontiert der Kollege hier eins der beiden Audio-Netzteile, welches für die Sprechfunktionen zuständig sind. Jetzt stellen wir gerade fest, dass hier auch die Leitungen etwas angegriffen sind von dem Wasser. Also müssen wir hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Da das ganze hier auch nicht so einfache Bus-Netzteile sind, sondern Mehrdraht-Netzteile, muss man hier auch dementsprechend aufpassen, dass man im Nachhinein alles wieder richtig aufklemmt. So sieht das neue Netzteil aus. Ja und das neue Netzteil ist diesmal weiß, was der Funktion allerdings keinen Abbruch tut. Es ist aber trotzdem genau das gleiche Gerät. Nun machen wir uns hier an das zweite Audio-Netzteil. So sieht es noch mal aus von Nahem. Hier haben wir ein paar mehr Drähte dran und auch hier müssen wir genau aufpassen, dass wir nichts vertauschen. Deshalb tauscht der Kollege das hier 1 zu 1 um. Ein Klemmfehler und das ganze funktioniert dann meist auch nicht. Interessant ist ja bei dieser ganzen Sache, dass diese Netzteile auch jahrelang so auf dem Markt sind und nie irgendwie mal kleine Verbesserungen vorgenommen werden. Wie zum Beispiel hier das Montieren der Leitungen ja äußerst schwierig ist immer mit diesen Schlitzschrauben. Nein, so ein paar Steckklemmen werden ja zu viel verlangt. Die beiden Audio-Netzgeräte haben wir nun getauscht. Nun machen wir uns hier an diese Videoschnittstelle. Hier wird das Videosignal von dem Klingeltableau an der Haustür auf die einzelnen Kabelstränge verteilt, also auf die Steiger der einzelnen Wohnungen. Ja und heute macht man das Ganze über ein Bussignal. Da hat man dann meist bei diesen Sprechstellen heutzutage ein Aderpärchen für das Audiosignal und ein Aderpärchen für das Videosignal und das Ganze als Busleitung oder Busstrang. Der Kollege schaut jetzt noch mal, ob das Nachfolgemodell etwas anders aufgebaut ist und deswegen schaut er hier noch mal in die Montageanleitung. Aber es sieht so aus, als wenn es eigentlich genau so ist wie das alte Gerät. Hier sieht man noch mal wie das Wasser hier am Gehäuse auch runtergelaufen ist in die Verteilung hier unten rein und die Geräte somit quasi außer Betrieb gesetzt hat, indem hier ein Kurzschluss folgte. Jetzt hat der Kollege bereits alle Coaxleitungen hier auf den neuen Verteiler geklemmt. Ja und manch einer würde sagen, man hätte es etwas ordentlicher machen können, aber Zeit ist in dem Fall hier auch Geld, gerade im Kundendienst. Und wenn jetzt hier nicht wirklich gravierende Fehler sind, die man jetzt beheben müsste, dann schließen wir das meistens auch nur eins zu eins an. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Vago-Klemmen vom Neutralleiter alle entfernt und das direkt aufgeklemmt, weil das Ganze in der Verteilung so nichts zu suchen hat. Man kann jetzt auch sehen, dass es gut funktioniert. Das blinkende LED ist. Es ist unrelevant. Das ist erst mal nur durch die Handykamera. Im Normalfall blinkt es halt nicht. Und nun werden wir uns hier an die Funktionskontrolle machen und mal zu den einzelnen Mietern gehen und die Anlage durchtesten. Bevor wir das Ganze dann noch mal schließen, werden wir das noch mal etwas sortieren und hier mal noch mal so ein kleiner Schmankele. Wir haben hier ein Dämmungsschalter, der hier auch absolut spritzwassergeschützt ist, da er nämlich nur vorm Fenster hängt. Kann man natürlich so machen, aber hier in dem Fall ist auch wirklich Spannung auf der Leitung. Also auf Dauer sollte das Ganze nicht so hängen bleiben. Hier noch mal die Sprechstelle und die Funktionskontrolle. Das war's in diesem Sinne. Bye-bye, euer Elektro-Junkie.